Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Verkaufskurs Verkaufen im Möbelhandel. Womit werden wir uns beschäftigen? Die ersten Folgen dieser Videoserie werden sich beschäftigen mit der Treppenstufenmethode für den Möbelverkauf. Das ist eine Methode, mit der wir mittlerweile schon mehreren tausend Möbelverkäufern ermöglicht haben, trotz weniger Frequenz mehr Umsatz zu schreiben und das ist das, was heutzutage zählt. Es kommen immer weniger Besucher rein und die Besucher werden immer anspruchsvoller und müssen immer besser abgeholt werden. Warum die Treppenstufenmethode? Weil wir erstmal einen Prozess brauchen, damit wir dann diesen Prozess auf die einzelnen Personen nach psychologischen Gesichtspunkten anpassen können. Das heißt, nachdem wir den Prozess besprochen haben, werden wir über Verkaufspsychologie im Möbelhandel reden. Aus diesen beiden Komponenten, die Treppenstufenmethode plus die neuesten verkaufspsychologischen Erkenntnisse, besteht dieser Online-Kurs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Mein Name ist Thomas Witt.